Liebe MTPler, mein Name ist Philipp Humm, ehemals Gründer und Präsident von MTP und jetzt CEO von T-Mobile USA in Seattle. Ich wünsche euch aktiven MTPlern ein gelungenes Jubiläumsfest, eine interessante Veranstaltung und viel, viel Spaß. Dass der MTP nach 30 Jahren so erfolgreich sein würde, konnten wir uns, die Gründer, nicht vorstellen. Es erfüllt mich mit Stolz. Rückblickend auf meinen Werdegang kann ich sagen, dass sich mein Engagement beim MTP für mich gelohnt hat, sowohl beruflich als auch persönlich. Ich würde mich freuen, wenn ich die Gelegenheit bekäme, in 20 Jahren zum 50. Jubiläum des MTPs nach Sao Paulo zu kommen und sich der MTP bis dahin globalisiert hätte. Ciao und bis dann!